Äh, mir geht's gut. Cool. Danke. Hallo Leute, willkommen zum neuen Random Battle Part. Heute, oh nee, lass nochmal neu machen, mein Team sieht jetzt gerade gar nicht gut aus. Nee, mein Team ist richtig gut. Naja, okay, hallo. Und willkommen zum Random Battle Part. Team ist gar nicht so gut, wir können gerne nochmal neu machen. Nö, jetzt machen wir das. Ja, okay, dann kann ich dich jetzt wohl besiegen. Gen4-Shout an, mit Oktopoul, falls ihr den 3 verpasst habt. Hey, wow. Auf Oktopouls Kanal. Hey, wow. Let's go. Ja, genau, das wollte ich auch gerade sagen. Ich habe gerade geredet, der hat dich getrunken gehabt und alles das über mein Pullover. Manchmal wünschte ich, du würdest Facecam machen. Ja, ich auch. So oft war. Gemein. Kannst du jetzt mit dem Move drücken, da muss ich wohl wieder den Timer drücken. Da bleibt mir ja nichts anderes übrig. Natürlich geht es dir für Pursuit, das war ja sowas von klar. Nee, war es nicht. Doch, eigentlich schon. Na gut. Natürlich geht es dir für Pursuit, das war sowas von klar. Bist du rausgewechselt? Nö. Gewonnen, Mann, gewonnen. Keine Chance gegen Ambipom. Mo, hallo, Sweetoon. Na, wie geht es denn so? Hallöchen. Lass mich raten, du hast ein richtig geiles Set. Mit wahrscheinlich Rast, oder? Oh ja, Junge, ich freue mich wie noch nie. Ich freue mich wie so ein Schnitzel. Wie freuen sich denn Schnitzel? Weiß ich nicht, aber das sagt man. Ich weiß, aber wie freuen sich denn Schnitzel? Ja, das ist eine gute Frage. Das musst du die Schnitzel mal fragen. Na gut, kann man fragen, wenn man aber die Schnitzel. Hallo, Tankro. Okay, mach doch. Oh Gott. Oh Gott. Alles Gute. Hey, Pam. Pam. Tschüss, Glicu. War schön mit dir. Dann bist du auch doof. Gen 4 ist meine Gen. Du bist doof. Ich glaube, ich habe verloren. Spiel halt besser. Du bist meiner. Blubbeller. Damals. Oh nein, nein, nein. Stopp. Zurück. War der Gegendis damals? Bad Ella. Ausrufezeichen. Da, da. Warum willst du den Timer aus? Nee. Ich weiß genau, was du brauchst. Du bist ja so ein Arsch. Geh mal weg. Weißt du, dass du es mir auch einfach sagen könntest. Jetzt war ich irritiert. Du wusstest es wahrscheinlich von Anfang an und wolltest mich nur irritieren. Arschloch. Arschloch. Ja, jetzt ist es wieder ausgeglichen. Hallo, Beedrillos Maximus. Beedrill sieht richtig cool aus. Oh. Sieht richtig cool aus. Ist das jetzt nicht irgendwie schon mein viertes oder fünftes Battle, wo ich Beedrill habe? Ja, ich glaube schon. Es ist einfach der Held. Oh. Oh. Bitte wach auf. Dann bist du noch mehr mein Held. Oh. 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 Meine eigene Zone. Jetzt habt ihr Brick Break an. Brick Break. Drill ist mein Held. Was ist das? Brick Break. Brick Break. Friggity, Friggity. Das ist so dumm. Scheiße. Das ergibt nicht mal Sinn. Para. Nein. Schade. Das ist mein Held. Alter, Beedrill ist ja echt gar nicht so schlimm. Warum keine Brick Break? Warum ist normal Beedrill besser als Mega Beedrill? Warum keine Brick Break? Warum bin ich so ein Gewinner? Hey. Ich kann das auch freundlicher ausdrücken. Weil was? Jetzt gewinne ich. Na gut. Gewinn mal. Oh, hi. Hi. Bye. LOL. Good play, Mann. Good play. Ich hatte die Wahl zwischen der Ice Punch und der Spook ab. Halt's auf. Hey, ich dachte, mir geht's für Dragon Dance. Nö, ich bin ja schon auf das 2. Ja, hab ich dann auch gemerkt. Rebella, aufhör dich. Scheiße. Nein, nicht verwirrt sein. Nee. Was? Wieso ist es nicht vorher? Wer? Ja. Opa. Kacke. Weißt du, das ist dein letztes Pokémon? Oh, der Komentus. Ich glaube, der verliert. Nein, der gewinnt. Ah, geil. Das war spicy. Ich wollte es spannend machen. Hey, Timo. Das ist deine Lieblingsgen, ne? Ja, ich gewinn es auch noch. Okay. Dann zeig mal, wie du gewinnst. Los, Regier. Du warst Like. Pure Ugly. So wie du. Es tut mir leid. Ich wollte dich nicht verletzen. War echt gemein jetzt. Ich hab mir selber Schaden gemacht dafür. Ich war... Nur deswegen. Weil es mir so leid. Hast du dir selber erst mal Boxen gegeben. Es tat mir sehr leid, Mann. Schon okay. Kannst du das bitte appreciaten, dass es mir leid tut. Nein. Jetzt wähl aus, Mann. Dann steig ich da direkt den Timer. Okay, mach doch. Ich wollte es auch gar nicht. Alter, mein Team ist halt so trash. Ich hab noch nie so ein schlechtes Team, glaub ich, gesehen. Ja, meins auch. Ja, ja. Deins auch. Dachte ich mir schon. Echt? Cool. Das macht halt gar nichts. Das ist halt so dumm. Ich hab legitim... Ich hab nichts dagegen. Ich hab wirklich gar nichts dagegen. Ja, ja. Das ist meine beste Antwort dagegen. Ja, okay. Das ist geil, oder? Ja, das ist geil. Tschüss. Okay, bye. Wie man seine Probleme vor sich her schiebt. Einfach wegbrüllen. Ah. Hm? Na, wegbrüllen. Ah. Ja, das scheint wieder Don Phan. Ja, du bist Beaver, Mann. Ich bin Don Phan, Mann, Junge. Ja, Mann. Ja, ich tötet das Tröten. Mann. Das ist die arme Elefanten in Ruhe. Der hat keinen Schäber, oder? Perfekt. Schade. Ich mag schweben. Alter, das macht ja Navi. Scheiße. Ich will nicht sagen, dass ich ein Problem gegen Don Phan habe. Aber vielleicht habe ich ein Problem gegen Don Phan. Das sehe ich gar nicht. Okay. Mir geht's gut. Denkst du wie nichts und... Ah, delicious! Mann, warum sind Don Phan und Beedrill die fährlichsten Pokémon im Universum? Echt so? Wie ein Jagd tötet, was Summ-Summ-Summ... Ja, Blitzer ist richtig glücklich. Ich mag Blitzer. Ich mag dich nicht. Danke. Bitte. Hm? 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 Das ist doch mal ein Move. Da muss ich gleich den Timer nochmal machen. Warte. Ich warte nicht. Mach jetzt. Arschloch. Easy. Kein Spadal Drop. Nein. Lane. Parra. Parra. Hm. Na gut, vielleicht habe ich jetzt ein Problem. Aber auch nur eventuell. Parra. Ach, komm jetzt nicht mit, du hast du das so gebeten. Ich will nicht mehr. Mein Pokémon ist so ein Scheißspiel. Mach niemals Random Battles. Die sind kacke. Ich mag das. Das, das, ich hasse das. Leih, mach jetzt nicht diesen, Bruder. Doch, ich mach den, Bruder. Sonnig, Sonnig, Sonnig. Triff, triff, triff. Ja, hab los. Geil, Lomatico. Warum denn? Timo, warum musst du was tun? Ja, weil ich gewinnen will. Nein. Na gut, dann doch nicht. Ach, ich bin so scheiße. Warum? Na egal. Na gut. Manchmal muss man einfach einsehen, scheiße zu sein. Kennst du, ne? Weil jetzt habe ich mit so einem Kackteam gewinne. Clear, buddy. Ich hatte Raw auf Kiratino. Oh, das hätte ich vielleicht wieder drücken sollen. Na ja, schade. Hätte alles hoffen können, dass ich misse. Ja, das auch. Das war mein anderer Plan. Aber du hast nicht Raw gedrückt. Ja, das war ja das Problem. Ach so. Hi. Hi, na. Man kennt sich. Crit Paraflinch. Das sieht nicht aus wie ein Crit Paraflinch. Ah, geil. Ah, ich hab's in meinem Leben. Mein Team ist so schlecht und ich gewinne 6 zu 0. Ja, mein Team ist auch kacke. Ich hab in der Hinterhand noch Megania. Oh Gott. Oh Gott. Warte. Ist das jetzt gerade schlimm. Das ist kein Erdbeam, oder? Nee. Warum fängt mir das jetzt erst auf? Ich bin so ein dummer. Warte. Was ist zufällig? Halt's auf! Ich hätte die ganze Zeit in den gehen können. Na ja, machst du nix. Das ist halt echt. Warte, fuck. Jetzt mal. Aber ist okay, glaube ich. Hups, ich hab mich schon geklickt, fuck. Warum? Ich wollte gar nicht in den raus. Schade. Jetzt ist er aber hier. Jetzt ist er wohl hier. Crit. Ich rede jetzt einfach nicht mehr mit dir. Es ist mir scheißegal. Kannst du reden, was du willst. Nein, nein, nein. Ich kann dich gar nicht. Wow, Razor ist so ein cooler Poketuber. Er ist mein Lieblings-Poketuber. Wow. Razor, Razor, Razor. Du dummer Pimmel. Wir haben 6-0 gewonnen. Ich wollte es nur spannend machen. Okay, Let's Match entscheidet alles. Junge, ich mach dich so nass. So nass wie nach Niemann. So nass wie dieses Tag. Alter, richtig nass gewann. Ja, Alter, ich bin nass. Komm ran. Oh, come on. Na gut. Ich liebe mein Leben. Oh, stirb. Na gut. Ich glaube, ich hab jetzt ein Problem. Sicher bin ich mir da, aber noch nicht so ganz. Manche würden meinen, es ist alles eine Frage der Perspektive. Oh, no. Kokodil. Ja, und sonst noch? Ja, ist gut. Läuft's für das Leben? Finch, 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 finch. So Hexy. Hexy, Smagsy. Ich. Na gut. Warum bist du auf einmal langsamer? Na gut. Das war wohl ein bisschen kalt. Scheiße. Ich will dir ja nur ne Chance lassen. Na gut, dann hab ich jetzt aber ein paar meiner Pokémon verloren. Das ist nicht so geil. Ja, das stimmt. Low Kick. Warum greifst du an? Hä, warum sollte ich nicht an Krasson oder Kranz-Zucker-Punch haben? Das muss ich. Mann, sei immer ein bisschen besser. Ich bin ein guter Spieler. Vielleicht hätte ich auch noch ein Ding gehen sollen. Ja, wahrscheinlich. Jetzt mal. Choice-Gaft. Ich mein, nein. Also, das wird close. Das wird close. Closet. Ja, ja, das stimmt. Hört der Regen eigentlich noch irgendwann auf? Nein. Ja, damals war doch Wetter unendlich. Ja, okay. Da war was. Denkst du? Der macht es jetzt. Der Venufliw ist. Der macht es jetzt. Oh. Hey, Kumpel. Kann man ja Freunde sein? Venufliw ist. Treff. Kaputt. Okay, Mann. Venufliw ist. Mein Junge. Mein Junge. Warum ist das so ein schnelles Match, bitte? Aber Venufliw ist mein Junge. Der tankt den Ice Beam wie kein anderer. Die Frage ist, ich weiß nicht, was deine letzte zwei Monster sind. Das Ice Beam hier der Play, weil ich bin halt Scarf. Oh, lol, Alter. Der tankt den ja wie ein Gott, wenn du fliebst. Das mein Junge. Schon am fucking, wenn du fliebst. Ja, aber Kaioko war halt. Gut, Alter, ich habe gesagt. Ja, aber 6-0, finde ich, hat hier eigentlich schon alles gerissen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wenn ihr alles noch gerne 7-positiv tut. Nee, du bist einfach nur schlecht in Gen 4. Ich mute Paul sowieso. Dann würde ich sagen, ich habe es euch gefallen. Ja, lass deine positive Werte da. Schau auf jeden Fall mit Paul vorbei. Und ansonsten würde ich sagen, tschüss. Flotten geht!